Tom, dem die schneidende Kälte und sein nasses Kostüm gar nichts auszumachen schienen, führte mich zu einem einstöckigen, langgestreckten Gebäude. Aus einem der Fenster drang ein schwacher Lichtschein. Die Verbrecher waren also schon zu Gange. Wir stellten uns auf die Zehenspitzen und lukten vorsichtig hinein. Alle saßen sie in der Falle. Basta, Betsy, Ed, Jim und ein mir unbekannter Mann, in dem Tom den verräterischen Kohlearbeiter wiedererkannte, welcher wohl den Tipp mit dem wohlgefüllten Tresor gegeben hatte. Jetzt haben wir sie. Sie fühlen sich ihrer Sache offenbar so sicher, dass sie es nicht mal für nötig befunden haben, eine Wache zu postieren. Gut für uns. Da kommt Bill mit der Polizei. Leise, wir gehen ihm lieber entgegen. Sind Sie, Mr. Tom Shark? Was ist denn mit Ihnen geschehen? Sie sehen ja fürchterlich zerlummt aus. Alles Tarnung. Ich bin inkognit unterwegs, you know? Ich bin Kommissar Jürgens vom Wachkommando 3 der Hafenpolizei. Ihr Diener sagte, hier findet ein Einbruch statt, an dem der flüchtige Basta Malcolm beteiligt ist. Umstellen Sie das Gebäude. Ich öffne die Tür mit meinem Spezial, Dietrich. Wie umstellen? Ich allein? Wir haben Sie denn keine Verstärkung dabei? Nur den wachhabenden Schutzmann Petersen. Ich wusste ja nicht, ob hier vielleicht falscher Alarm geschlagen wird.